willkommen zurück meine freunde wir machen jetzt das serendu totem in den schwebenden bergen wie sagt hier ist das totem findet ihr hier auf der map den bereich hier unten versteckt wegweiser zeigt nach links werde es auch nach links laufen wie gesagt wichtig immer den pfeilen nach so dann geht es hier weiter mit dem nächsten pfeil ich spuck blumen sind auch da jetzt müssen wir hier hoch nein ich bin immer den weg langsam wieder hier hoch dann müsste es hier vorne wahrscheinlich schon kreis geben müssen wir uns hier hinstellen genau hier beobachten die aussicht könnte natürlich auch ein bisschen abkürzen ich kann den himmel fast berühren ich sehe da die auf der seite gesparnt oder gelandet wie wenn ich auf meine ikran steige aber das land unter mir bewegt sich nicht es ist still und ruhig aber schöne aussicht auf jeden fall all die winzigen details hat mein clan das hier auch gespürt so haben jetzt zwei von drei sagt welches video geholfen hat können uns gerne kommentieren abonnieren liken und sehen uns bis dahin